Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, die Freunde des Nieklerne, wenn mich nicht, ist wieder euer DJ in Destiny 2 Xur. Xur befindet sich diese Woche auf dem Turm und er hat für uns dabei diese Woche Kaltherz, folgt ein Laser, durch Kältefusion angetrieben wird. Dann haben wir noch die Krone, ausweichend gewählt, ein wenig Gesundheit und Schildverstärkung. Dann haben wir noch Handfest, Boni bei Abwehren von Schwertern. Und dann haben wir noch die Flügel, wenn du fliegst, bleibst du oben stehen, ganz toll. So, dann haben wir noch die Waffen, die switche ich euch einmal durch, ohne große Pipapo. Und dann haben wir auf der zweiten Seite die Falkenmond dieser Woche mit Auge des Sturms und die Erzählung eines Tod mit Vorpalwaffe, kann ich euch nur empfehlen, vor allen Dingen im PvE-Bereich, bei Endbossen, die ein bisschen weiter weg sind, könnt ihr schön draufschießen und richtig schön Damage machen. Das war's diese Woche, Xur, wie gesagt, befindet sich auf dem Turm. Bedanken für's Zuschauen, euer DJ, habt euch wohl.